Ich hab auch... Ey, ich hab zum ersten Mal den Sprung da geschafft, Chaya, den du nicht geschafft hast. Den hab ich vorhin wohl geschafft. Okay. Also noch will ich nicht. Ich hab vorhin auch... Ich hab grad eben auch zum ersten Mal geschafft. Mit einer Gemachanf... Sollte ich den nicht versuchen. Mark, lebst du noch? Ja, ja, ich leb noch. Hm. Jawoll. Ich hab grad Angst. So, Alex und Drew sind tot. Fein zu, ja. Äh, okay, wurde ja das Teleport ausgetestet. Ansonsten leben noch alle? Immer noch, ja. Ja, ich schon. Okay. Mark? Ja? Der ist bei mir hier. Dich muss man ja immer extra ansprechen. Dann sind's jetzt noch drei Minuten, oder? Eine Minute und zwei Minuten Overtime für die beiden Toten. Theoretisch. Miki, wo bist du? Ich bin bei Mark, hier bei den Kabinen. Ach, du bist bei den Kabinen? Ja. Wo genau? Hier, bei den mittleren, die großen. Ach, da, okay, ich sehe euch. Bei Eki. Hi. Eki, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ich bin noch, ich bin als Eki, ich bin bei Eki, ich bin bei Eki. Wenn ich gleich tot bin, ist es der Satz. Hier hinten, hier hinten, hier hinten. Kann niemandem trauen. Oh, Melode. Äh, wie komm ich hier wieder raus? Geist. Alter, war wieder aus der Geweile, ne? Äh, dort beim Spawn. Wie kommt man da wieder weg? Äh, da ist ein Zaun. Da ist er noch groß genug. Ja, ich bin irgendwo. Also, wenn du auf den Spawner trugst, ganz links, ganz links. Da kommst du links vorbei am Zaun. Ganz links. Wenn ich jetzt tot bin, gleich ist es Desert und der schießt nur in die Luft. Okay, danke, ja. Das sieht nur so. Hä, Hilfe. Ja, die Luft war so verdächtig. Also, Eki und Desert sind zusammen. Ich bin auch nach Berlin. Und da springt der Mark. Hier ist eine Wand und hier sind die Duschen. Ich vertraue, der ist halt gerade am meisten. Yay. Yay. Okay, auf mich wurde gesnipet. Fuck. Gesnipet? Ja. Von wo? Ich denke mal von dort oben, wenn man mit der Kiste draufklettert. Also, boff. Boff. Warum ich? Weil du dort oben die ganze Zeit immer gern bist. Ich bin hier oben auch, ja. Aber ich habe nicht gesnipet. Kannst du von der Rutsche sein und auf der Rutsche ist ja niemand. Wer weiß. Glaub ich, hat keiner einen Sniper gehört. Ja, ich glaube, Shaya schießt auf mich. Ach, Quatsch. Nie. Shaya ist down. Und sie war Traitor. Okay, Eki. Eki. Der andere ist Mark. Nein, nein. Ich habe eine Galie. Das war eine Sniper. Das kam von oben. Ich habe? Ja. Gut. Das ist die Frage, wie wir da hochkommen. Das ist sogar so eine... Wow. Das ist wieder so eine Scheiß-Aktion, weil von uns keiner da hochkommt. Ah. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Das ist ungünstig. Ja, ein bisschen. Mark, ich glaube, du hast die besseren Chancen. Ich habe eine Shotgun. Ju, ich wollte wirklich den... Ich hasse den. Ich habe den Reporter wirklich wiedergegeben. Lass mich in Ruhe. Ich will mich in Ruhe. Oh. Ich bin so strewbockig. Hast du doch auch. Mark, komm mal hier runter. Ah, da oben steht er. Da oben steht er. Ich habe Angst. Da hinten... Nicht ans Fenster gehen. Nicht ans Fenster gehen. Worauf hast du doch auch gemacht? Nee, ich meine nur. Auch wenn du nicht so eine Sicherheitsmaßnahme und sonst was ergriffen hättest. Ach so. Pass auf. Der hat immer noch einen Sniper. Der kann dich immer noch wegsnipen, Mark. Der steht da hinten. Der ist auf dem Weg runter gewesen. Also komm. Ich war so froh, dass ich mich gerade weggeportet hatte, weil als du gefragt hast, campen wir hier war. Der Satz wirklich. Lass mal hier bleiben. Ich habe Angst. Da verstehe ich, was du meinst, was du vorhin gesagt hast. Wir machen die Chai-Hot-Boff-Taktik. Wenn Boff hier reinkommt. Der eine Satz, als du dann gefragt hast, ob wir hier campen können. Da habe ich es rausgehört. Ganz einfach. Und deswegen war ich froh, dass ich gerade geportet habe. Oh, die Tür. Ich die Tür. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Deswegen war ich enttäuscht. Weil ich so glücklich war, dass ich sofort weg bin. Aber ich wusste, dass du es noch kriegst. Der steht noch da oben. Der steht noch da oben. Der steht noch da oben. Wir haben so minimalste Chancen. Ich muss euch halt töten und habe nicht viel lernen. Ja. Frage uns, mag ich das du? Deinen 70 habe ich noch. Ich habe noch 29. Dann habt ihr zusammen schon Freunde. Oder da? So. Ah, gut. Ich gehe jetzt raus und versuche, sie zu töten. Wenn ich nicht wiederkomme, sag ich, ich habe ihn gehasst. Hier liegt noch eine Rifle. Ich komme mit. Ach, ne. Hier liegt noch eine Rifle. Okay. Wo liegt eine Rifle? Was? Wie? Ich habe sie. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Sehr langweilig. Und da hinten ist er. Wow. Was? Oh. Oh, schade. Yes. Spannende Runde war es auf jeden Fall. Ja, aber das ist langweilig. Das habe ich doch gesagt. Das ist langweilig. Und meine letzten Worte waren immer noch. Ach, sorry, Philly. Ach, Quatsch. War useless. Ich war useless. Ich habe nur einen Schuh getötet und... Ja, dann habe ich es gemacht. Und Eki. Mein letztes Worte, wenn ich nicht wiederkomme, sag ich, ich habe ihn immer gehasst. Ich hasste dich auch gern, Desert. Wollte eigentlich, dass ihr keimt, das wäre leichter gewesen. Ach, hättest du dir die, äh, na, wie heißt das? AK geholt, oder was? Ich hätte dann einfach gewartet. Wir haben heute auch die AK sowieso. Ja, da hat bestimmt irgendwo ein C4, oder? Naja, er hatte gerade... Du hattest doch gerade eine Dschihad, oder war das doch C4? Das war C4. Oh. Das habe ich auch gemacht. Das war eh schlimm. Äh, ich werfe die Silenced AWP weg. Ich hatte nämlich noch beide Schüsse. Feuer aus Bandit! Kaufe mir C4, laufe auf die Tür zu. Dann sagt ihr, oh, wir gehen raus. Ich muss zurückrennen, jetzt sehe ich hier wegwerfen und die Silenced wieder aufheben. War ein bisschen uncool. Fiat, Alex! Ja, so heißt ich. Bist du. Am spawnen. Bruder, kommt mir, guck mal. Hier, da. Hallo, du. Wie habt ihr das Bild noch gesehen? Hi. Das ist mir scheißegal, du darfst nicht ganz sehen. Das ist denn in der Masernlosigkeit. Los. Nur wir drei erkennen das, meiner Meinung nach. Was? Ja, ich habe eine Galil. Ach, guck mal, da kann ich was rauf. Ich meine, ich kann nicht wissen, ja, ich kann nicht wissen. Ich habe nicht gemacht, hey. Okay, wird da gar nichts angezeigt. Ah, jetzt hier. Hey, wieso, wie machst du das? Mit G. Mit G kann man Spray machen und ich habe halt eins eingestellt, das hier halt. Oh, nein. Ah, nein. Was zum? Ah, meine Ohren. Hat er jemanden getötet? Mich nicht. Hier. Off ist tot. Ah, okay. Wer lebt denn sonst noch? Ich? Okay. Pro strats. Aber auch eigentlich eine passende Möglichkeit. Wie wir alle da behindert, da standen. Ja, und wer ist jetzt noch Traitor? Ah. Die Frage. Die Frage. Tipp mal auf. Ah, ja. Die stand am weitesten weg, gell? Ey, wer hat da auf mich geschossen? Irgendwer hat gerade auf mich geschossen. Aus eurer Richtung, Leute. Euer Ernst? Wir sind alle. Ich habe nicht geschossen. Ich habe keinen Schuss gehört. Ja, das hat keiner von uns. Ich habe auch keinen Schuss. Ja, das ist Silence da. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe die ganze Zeit mit der Galilien da. Also, also, ich würde behaupten, dass es Chaya ist, weil die die einzige war, die nicht da stand. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Ju einfach so den Mit-Traitor-Kollegen mit wegsprengen würde. Irgendwer von euch hat mir in der Silence auf mich geschossen. Punkt. Aus. Ende. Ihr seid unaufmerksam. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Warte mal, Julian hat es ja auch getötet. Fällt mir gerade erst auf. Da muss ich mal ganz kurz erklären, warum ich gerade so gelacht hatte. Ich sehe da nur den Detektor-Food liegen. Das fand ich irgendwie so lustig, weil er weg von dem Detektor-Food geflogen ist. Detektor-Food ist weit von Detektor-Food geflogen. Aha. Äh. Äh, ja. Ja, ich habe übrigens, ne? Okay, das heißt, sie ist beim Spawn dann hier. Einigen wir uns jetzt darauf, oder? Ja, also ich würde behaupten, Chaya war es. Wollt ihr mich verarschen ohne Begründung? Ja, weil du der Einzige bist, der nicht von der, äh, bei der Jihad dabei war. Ja, weil ich immer alleine rumrenne. Ja. Ja. Warum sollte Chou ne Jihad zünden, wenn sein Mit-Creator-Kollege dabei stand? Niemand. Es sind ja alle... Doch, irgendwer von euch muss mindestens Full-Life haben. Eki, glaube. Eki? Ja, bitte? Hast du Full-Life? Ja, aber ich war auch dort. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das stimmt jetzt. Doch, ich war in dem Gang zu dem Raum, den man abtrennen kann, unter zwei Türen. Hier ist Chaya. Ah, ich bin mir so sicher. Doch, mich schießt, schießt ich zurück, ich werde dich nicht töten. I don't trust you. Silvers, camp jetzt irgendwo. Das ist mir zu blöd.